Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 4-Zimmer-Ein-Familienhaus befindet sich im Kreis Mayen Koblenz. 1932 wurde dieses Objekt erbaut. Das Haus verfügt über einen Keller. Es hat 3 Schlafzimmer und ein Badezimmer. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 120 Quadratmetern bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 78 Quadratmetern. Das Objekt steht für 68.000 Euro zum Verkauf. Immobilien Weltermann EK beantwortet gern Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017